Warst du schon mal beim türkischen Friseur? Bunte Straßen, laute Straßen, steile Straßen, leckere Straßen. Willkommen in Istanbul, einer der meistbesuchtesten Städte der Welt. 4.000 Geschäfte, 30.000 Händler und täglich mehr als eine halbe Million Kunden. Der große Bazar in Istanbul, erbaut im Jahre 1461. Mehr als 3.000 Moscheen, der einzigartige Gelatter Turm, tausende Möwen über dem Dächer und Brücken, die zwei Kontinente verbinden. Ich bin hier gerade auf der weltberühmten Straße mit der Tram, die kennt doch jeder, oder? Die Türkei hat 85 Millionen Einwohner, 15 Millionen leben in Istanbul. Offiziell, inoffiziell sind es über 20 Millionen. Geschätzt 4 Millionen sind Flüchtlinge. Und das ist die Einwohnerzahl Belins, der größten Stadt Deutschlands. Wusstest du, dass die Türkei die meisten Flüchtlinge weltweit hat? Direkt im Zentrum habe ich diese drei Jungs getroffen, sitzend an einem Lagerfeuer. Kannst du dir das vorstellen? Hier triffst du täglich hunderte von Einheimischen, die frischen Fischangeln. Geil, richtig gute Mucke hier. Gute Musik, ne? Musik ist gut, ja. Die feiern hier ihre eigene Anglerparty, so geil, ja. Istanbul ist eine sehr spannende Stadt. Tauche ein in die außergewöhnliche Kultur des Essens. Mein Favorit, die Fischkebab an der Galata-Brücke. Was ist das? Wir haben Tantoni hier. Es ist traditionell, türkische Street food, actually. Willst du mich? Gib mir das mal. Okay. Mit den Tomaten, den grünen Zeug da drin, mega geil. Genießt Pizza, türkische Arten, Lamaçu. Eine großartige Teekultur. Unzählige Cafés und bunte Straßen in Karaköl und Ballat, wo sich Künstler ausdrücken. Angekommen hier sind mir zuerst die unzähligen freilaufenden Hunde und Katzen aufgefallen. In einer derart großen Metropole sehr ungewöhnlich. Zum Glück geht es ihnen aber sehr gut. Die Menschen sorgen sich mit bereitgestellten Essen und erbauten Hütten, verteilt in der ganzen Stadt. Die New York Times vermutet über 130.000 Hunde und mehr als 125.000 Katzen in der Stadt. Gefühlt sind es deutlich mehr. Die meisten sind medizinisch gecheckt und markiert. Schaut mal, die haben überall so kleine Hütten, selbst hier eine Bushaltestelle. Das ist einfach für die Katzen zur Verfügung gestellt. Das ist für mich auch ein weiterer Grund, Istanbul einfach mal zu erleben. Ich finde das mega stark, wie die Menschen einfach fürsorgliche sind. Istanbul ist eine Mega-Metopole, die als einzige Stadt zwei Kontinente verbindet. Europa und Asien. Getrennt durch den Bosporus, verbunden mit drei Brücken und einem Tunnel, der für ein wenig Entlastung dient bei immer vollen Straßen. Erbaut 1973 dient die Bosporus-Brücke als eine der wichtigsten Verbindungen. 1560 Meter lang und 65 Meter hoch. In den ersten drei Jahren konnten noch Fußgänger die Brücke überqueren. Heutzutage sind nur noch Autos erlaubt. Rund 200.000 Autos überqueren die Brücke täglich. Dies ist auch die Brücke, die am 15. Juli gesperrt wurde. Als es den Putschversuch gab, um Präsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. Der Putschversuch ist gescheitert. 249 Menschen verloren ihr Leben. Mehr als 2000 wurden verletzt. Um die Situation der Menschen vor Ort besser zu verstehen, möchte ich dir einen kurzen Einblick geben. In die wirtschaftliche und politische Situation. Aber auch in Religion und Geschichte. Denn all dies kannst du förmlich überall fühlen. In den Straßen der Stadt. Heutzutage ist Istanbul verantwortlich für 27 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Ihr müsst wissen, türkische Lira, die verliert dramatisch an Wert. Wir haben hier eine Inflation in der Türkei von 70 Prozent. Die Währung verliert dramatisch an Wert. Eine Katastrophe für die Einheimischen. Das durchschnittliche Gehalt in Istanbul beträgt ca. 400 Euro im Monat. Das Mindestgehalt beträgt 275 Euro. Großmütter, Väter, Jugendliche sind gezwungen, Wasserflaschen im Stau zu verkaufen. Den ganzen Tag über stehend Abgase einatmen. Denk mal kurz drüber nach. 75 Prozent der Energie, wie Öl und Gas, ist die Türkei gezwungen zu importieren. Der Ölpreis muss auf der ganzen Welt in US-Dollar bezahlt werden. Im Zusammenhang mit der eigenen Währung, die immer mehr an Wert verliert, werden diese Ausgaben entsprechend immer mehr. Die politische Situation im Land wird immer angespannter und ist tief verwurzelt in den Köpfen der Menschen. Du hast sicher schon von den Spannungen im Mittelmeer gehört, zwischen der Türkei und Griechenland, wo es um riesige Gasvorkommen geht. Recep Tayyip Erdogan ist der Präsident der Türkei seit 2014. Mittlerweile ein gewaltiger Machthaber, der versucht, die Türkei permanent zu verändern. In den ersten Jahren seiner Regierungszeit war die Wirtschaft am Boomen. Die Arbeitslosenzahl hat sich halbiert. Das Bruttoinlandprodukt vervierfacht. Fast alle Menschen hatten eine Krankenversicherung. Recep Tayyip Erdogan galt als der Präsident, der den Armen geholfen hat. In der Zwischenzeit verliert er immer mehr an Zustimmung im eigenen Land. Viele Einheimische, mit denen ich Gespräche geführt habe, sagten mir, das Land ist mittlerweile gespalten. In 50% Anhänger der Vision von Mustafa Kemal Atatürk, der Mann, der die Türkei gegründet hat. Und in 50% Anhänger der Vision vom aktuellen Präsidenten Erdogan. Die Türkei ist aktuell auf Platz 154 von 180 Ländern beim Thema Pressefreiheit. Im Jahr 2007 wurde sogar YouTube gesperrt, bevor erst drei Jahre später wieder freigeschaltet wurde. Vorwürfe der Korruption, keine Gleichberechtigung von Mann und Frau, kontinuierlicher Austausch der Staatsanwälte, Umwandlung der Hagia Sophia von Museum in eine Moschee. Erdogans Kritiker nennen ihn einen ignoranten, selbstherrschenden Führer, der jeden ausschaltet, der ihm widerspricht. Möchte Erdogan seinen eigenen Gottesstaat errichten? Wie denkst du darüber? Wusstest du, dass die Türkei seit nicht einmal 100 Jahren besteht? Zuvor herrschte das gigantische Osmanische Reich. Von Europa bis Nordafrika hinein in den Nahen Osten. Istanbul hieß Konstantinopel. Es war die Hauptstadt des Osmanischen Reiches von 1453 bis 1922. Aber an diesem Ort müssen wir geschichtlich tiefer graben. Denn die Menschen hier waren nicht immer Muslime. Die Zeit der Einsiedler reicht ins 660 bevor Christus zurück. Gegründet als Byzantium. Eine griechische Stadt, die mehr als 1000 Jahre existierte. Konstantin, der römische Kaiser, suchte sich Byzantium aus als die neue Hauptstadt Roms und nannte es Konstantinopel. Anfangs hieß die Stadt auch Neurom. Im Jahr 395 wurde das römische Reich getrennt in West und Ost. Der Westen sprach Lateinisch und war römisch-katholisch. Der Osten sprach Griechisch und war griechisch-orthodox. Nachdem das westliche römische Reich im Jahr 476 kollabierte, existierte das östlich-römische Reich bis zur Eroberung durch das Osmanische Reich im Jahr 1453. Heutzutage gibt es noch reichlich Zeitzeugen. Einer der wichtigsten ist die Hia Sophia. Erbaut als Kirche ist dieses architektonische Meisterwerk fast 1500 Jahre alt. Sie galt für 1000 Jahre als die größte Kirche weltweit. Während der Geschichte ist dieses Gebäude ein Schauplatz von religiösen und politischen Machtkämpfen. Umgewandelt von Kirche zu Moschee, von Moschee zu Museum und wieder zu Moschee. Erst vor einem Jahr durch den amtierenden Präsidenten Erdogan. Was ist deine Meinung? Sollte es eine Kirche sein? Was es auch ursprünglich war, ein Ort zum Beten für Christen? Sollte es ein Museum sein? Ein historischer Ort für Touristen? Oder sollte es eine von mehr als 3000 Moscheen in der Stadt sein? Nachdem das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg zerfiel, gründete Mustafa Kemal, geboren in Salonika, dem heutigen Thessaloniki und der zweitgrößten Stadt Griechenlands, die Republik Türkei im Jahr 1923. Atatürks Vision war es, einen säkulären, westlich-modernen Staat aufzubauen. Ankara wurde die Hauptstadt der Türkei. Die Trennung zwischen Religion und Staat wurde beschlossen. Adhan, der Gebetsruf, der weltweit auf Arabisch gehalten wird, wurde ins Türkische übersetzt. Selbst das Wort Allah wurde übersetzt. Die Regierung verbot das Tragen des Kopftuches in öffentlichen Einrichtungen. Das arabische Alphabet wurde durch das lateinisch basierende türkische Alphabet ersetzt. Die Schulpflicht für Kinder wurde eingeführt. Im Jahr 1935 wurde Frauen erlaubt, das erste Mal an Wahlen teilzunehmen. Istanbul erwartet dich mit grandiosen Sehenswürdigkeiten, wie dem Tupkapi-Palast, der im 15. und 16. Jahrhundert als Sitz der Sultane galt. Der Galater Turm, ein perfekter Ort für eine Rundumsicht auf Istanbul. Früher genutzt, um Brände in der Stadt zu lokalisieren. Nirgendwo verschmelzen antikes Erbe, Christentum und orientalische Kultur, wie in der Stadt Ambosporus. Einen Besuch in Istanbul kann ich vom ganzen Herzen empfehlen. Ihr werdet die Gastfreundlichkeit der Türken lieben. Danke dir, die hier. Danke schön. Ich liebe Istanbul, weil wir alles hier haben. Wie die Wälder, wie ein großer Seas, und wir haben Bosporus, wir haben Stadt-Live, wir haben historische Plätze. Ich liebe es. Oh nein. Toka-Germelissis. Schau jetzt mal, mitten in der Stadt, die Kemal verkauft die Blumen, voll schön. Das sind immer für mich so Oasen. I like flowers, you know, so I like this. Eine letzte Bildung mit dir. Ja, danke Kemal. Danke. Have a good day. Was bekommt man eigentlich für 100 Euro in allen Ländern dieser Welt? Also ich habe ja diese Challenge jetzt gestartet, auch wenn ich schon über 60 Ländern besucht habe. Aber jetzt muss ich halt überall nochmal hin und halt auch in die anderen. Auch Nordkorea. Das schauen wir uns auch definitiv mal an. Jetzt geht es aber erst mal als nächstes nach Monaco. Es wird auf jeden Fall nicht günstiger. Und dann London, pünktlich zur Champions League beziehungsweise Formel 1 in Monaco. Also für mich stehen jetzt auf jeden Fall mal ein paar teure Tage an. Hier in Europa ist halt ein bisschen anders als in Asien. Da habe ich ja bereits den Clip gemacht aus Bangkok, Thailand und aus Vietnam. Mein absolut Favorit. Ja, also so günstig und so eine gute Qualität, was man da bekommt. Und ich glaube, ich muss im Winter wieder dahin, ja. Also zieht es euch gerne mal rein. Schaut mal vorbei bei den alten Clips. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hä? Woher? Woher? Woher ihr für T-Shirt? Hat er ein türkisches T-Shirt, ne? Also der Typ, der Kollege, der muss mich erst mal hier einkleiden. Ja, mal gucken, ob der ein türkisches T-Shirt hat. Käse und Oliven ist ein großes Ding hier in der Türkei. Allerdings, Habt ihr welche Oliven schon mal gesehen? Das sieht doch nicht natürlich aus. Also weiß ich nicht. Das habe ich nicht so ganz meinen. Aber die ist schon her, ne? Und Datteln, ey. Voll gesund. Jetzt gibt es die Euros. Übrigens, das ist krass, ne? Egal, ob man die mit Kreditkarte bezahlt auf der ganzen Welt. Oder halt auch einfach Geld umtauscht. Man macht die ganze Zeit für die, die anderen dabei. Ja. Aber ich habe keine Lira. Ja, ich habe keine Lira. Ja, ich habe keine Kreditkarte. Ja, ich brauche keine Kreditkarte. Wie viele Kreditkarte? Du hast dein Geld, 1200 Lira, das ist 2 Euro. Ja. Ich habe keine Kreditkarte. Ja, ja, okay. Ich habe 30 Euro und Lira. Okay, also du hast keine Kreditkarte. Ja, ja, ja. Keine, es ist ein Präsent für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen Einblick bekommen in Istanbul und das lebende Menschen. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video gerne mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020